Hi, brennende Zombies, die rumschreien. Okay? Au. Ich hab grad einen Stuhl ins Gesicht gekriegt. Hilfe! Hilfe! Super, ich hänge fest. Hä, was soll ich da machen? Ich bin grad so ein bisschen überfragt. Hilfe! 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 Da kann ich auf keinen Fall hin. WTF! Okay, ich bin ernsthaft irritiert Au Hi, Zombie Es geht, Zombie Autsch Das tat weh, weißt du Ne, hier ist nix Tschüss, Zombie Das Ding sollte da sein Äh, ja Geil, ne Komm schon Ja, was mach ich nur? Au Scheiße Geht weg Oh Okay, jetzt mal ernsthaft, was soll ich machen? Das ist doch dumm Ah, okay Ich bin vielleicht genommen Oh, wir sind schneller Schneller Äh, Fenster Vogel Hi, Vogel Frisskiste Ah, natürlich ist das zu Entschuldigung, da bin ich gerade ans Mikro gekommen Dupdi-dup Was haben wir denn hier sonst so? Hier geht's auch nicht lang Ich muss mal sagen Unendliche Taschenlampe finde ich ja schon irgendwie geil So, scheinbar unendliche jedenfalls Was soll das? Was soll das? Okay Okay Was ist das? Albträume Gut Gut Heißt Was soll das schwarz weiss? Was ist das los? Was soll das schwarz weiss? Was ist das los? Zölle, es ist kalt Inventartaste, super Ich weiß nicht, welches die Inventartaste ist Lass mal sehen Was? Blutung stoppen auch noch, alter Inventar ist H Okay Äh Ja, hab ich Alter, ist das hell Da tun mir ja die Augen weh Was ist jetzt schon wieder los? Oh shit Das ist total seltsam, ich mag das Okay, da labern zwei Was auch immer die da tun Ich hoffe, sie tun nichts an mir Oh jeez, ich habe nur schlafen Was ist das denn? Was ist das denn? Wir müssen das los Gib mir das nächste Kompon Hast du sicher, dass das richtig ist? Ja, Mann, das muss ja richtig sein Vielleicht wird mich gerne bewegen können Ja, schlaf einfach mal wieder ein Warum nicht? Was ist ein Horrorspielcharakter ohne Zwei bis drei Wow Ohnmachtsanfälle Okay Okay Was haben die mit meinem Kopf gemacht? Ah, viel besser Sorehead, Alex Find the health kit Ich will erst mal das hier sehen Bis Ah, gestörte Sicht Ist hier noch was? Nee Oder? Oh, was ist jetzt los? Alter Was? Äh Geil Wir wurden mal eben übern Haufen geschossen Alter Verreiter Oh Okay, ich blute Hilfe Blutum stoppen, danke Eieieiei Das ist aber ne Böse Art des Tutorials Ähm Oh, dieses Licht immer Ich krieg noch Kopfschmerzen davon Wie lang denn noch? Kann das hier bitte vorbei sein? Alex, es wird Zeit, zu wachen Es ist nur das Beginn Wache Ja, geil Wache 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 Blend Schmerz Schmerz Warum ist das Blutungssymbol da immer noch? Weiß ich, bin die Treppen runtergefallen Geil Das ist doch mal ne Waffe Ah, warum muss ich jetzt spontan an Silent Hill denken? Meine erste Waffe Ein Blechrohr Nein, nicht die erste Waffe Wobei, in vier war es die erste Waffe In drei war es die zweite Jetzt kriegen Zombies aufs Maul Okay Geld Das ich nicht nehmen darf Schade Gut Noch ein Verbandskasten Noch mehr flackernde Lichter Hi Oh, hi Sie grüßt mich Cool Hi Wie ist das denn? Ich will jetzt nicht wahllos irgendwelche Leute schlagen Weil ich Angst habe, dass ich dann Stress kriege Wo bin ich überhaupt? Hm Ich bin ja verleitet So aus Neugier Spiel speichern Moment, nochmal sicher gehen Ja, da ist es Okay, ich kann Leute nicht schlagen Es ist eher Lol Okay Tja, wat nu Hier haben wir einen Generator Der mit Nichts verbunden ist Immer sehr Nützlich Okay MFU Was ist das? Hey Sir, special fruit tonight After 9pm Buy one beer Get one for free See you tonight, huh? Uh Ich trink leider nicht So, ich hab deine Melonen in Stücke geschlagen Wie gut, das ist animiert Ha Habe ich gerade wieder einen Anfall? Alter Ja, ich hab wieder einen Anfall Oh meine Güte Hilfe Hilfe Ah, ich blute schon wieder Oh, alter Verwalter Kriegt man hier übel aufs Maul Aber dafür geile Mucke Ja, du versteck dich lieber Oh, yeah Oh, yeah Macht meine Sicht kaputt Boah, alter Wow 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 Boah Alter Yay, Muni Wo gehen wir diesmal hin? Können wir uns hier vielleicht verstecken? Komm schon, friss! Yeah! Ach, hier ist es auch mit Magazin? Ah, gefällt mir nicht. Verdammt, ich hab nachgeladen. Ich bin vollidiot. Ah, schnapp dir die Waffe. Polizist! Beschütz mich! Wo muss ich hin? Noch geht's mir gut. Immerhin. Das ist eine seltsame Waffe nebenbei. Und, Moment. Okay? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020